Genug mit Süßholzrasten. Wie wär's, wenn Sie jetzt endlich mal den Salon fegen? Überall Haare. Das ist ja der reichste Friedhof der Kuscheltiere. Friedhof der Kuscheltiere? Das ist ja voll 80er. Aber wieso? Ist doch genau deine Zeit. Oh Leute, ist euch auch so heiß? Also jetzt wäre ein Eis nicht schlecht. Ja, irgendwas Kühles gegen die Hitze. Nimm mich! Ich bin doch eigentlich auch ein ganz cooler Typ. Ich bin doch 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 ein ganz cooler typischer Typ. Ich bin doch ein ganz cooler Typ. Ich bin doch ein ganz cooler Typ. Das ist ein sehr gut.